Es ist die moderne Post, die E-Mails. Es werden Milliarden von ihnen täglich versendet. Doch wie schreibe ich eigentlich selbst welche und wie bekomme ich meine eigene E-Mail-Adresse? Gmail macht's möglich, der kostenlose E-Mail-Dienst von Google, welchen wir in diesem Video von Grund aus auseinandernehmen. Am Anfang werden wir besprechen, wie du dir dein Gmail einrichtest. Anschließend nehmen wir die Oberfläche im Detail auseinander und besprechen, wie du E-Mails schreibst. Abschließend schauen wir uns an, wie du deine E-Mail-Adresse mit deinem Google Gmail verbindest, was für Einstellungen es gibt und wie die App von Gmail, insbesondere die Inbox-App, aussieht. In der Videobeschreibung hast du die Möglichkeit, zu bestimmten Punkten zu springen oder lass einfach das Video durchlaufen für alles. Viel Spaß! Um Gmail nutzen zu können, brauchst du ein kostenloses Google-Konto. Beim Erstellen deines Google-Kontos musst du eine Gmail-Adresse festlegen, was eine vollwertige E-Mail-Adresse ist. Beachte, es ist nicht einfach, im Nachhinein seine Gmail-Adresse zu ändern. Außerdem rate ich dazu, einen seriösen Namen zu nehmen, wie dein Vor- und Nachnamen. Du kannst dein kostenloses Google-Konto auf gmail.de erstellen oder dich mit deinem bestehenden Google-Konto anmelden. Und schon kann es losgehen. Gmail ist am PC relativ einfach und verständlich aufgebaut. Oben hast du die Möglichkeit, nach einer E-Mail, Kontakt oder anderen Inhalten aus Gmail zu suchen. Rechts daneben hast du eine Auswahl von weiteren Google-Diensten. Daneben findest du den Benachrichtigungsbereich und dein vorhandenes Google-Konto, wo du auch dein Konto wechseln oder abmelden kannst. Im Bereich darunter hast du die Möglichkeit, deinen Kontakten oder Aufgaben zu kommen, indem du auf die Schaltfläche Gmail drückst. Google-Kontakte werden wir in einem folgenden Video auf meinem Kanal auseinandernehmen. Unter dem genannten Button findest du die Möglichkeit, eine neue E-Mail zu schreiben. Mehr dazu später. Darunter hast du deine Ordnerstruktur von Gmail. Als erstes siehst du deinen Posteingang, welcher immer beim Start ausgewählt ist. Dein Posteingang ist standardmäßig in drei Bereiche aufgeteilt. Allgemein, soziale Netzwerke und Werbung. Neue E-Mails werden in einem der drei Bereiche zugeordnet. Du hast die Möglichkeit, die Bereiche neu anzuordnen oder neue Bereiche hinzuzufügen oder alte zu entfernen. In den Bereichen sind die einzelnen E-Mails aufgelistet. Links am Rand kannst du die E-Mails auswählen oder favorisieren oder markieren. Daneben siehst du den Absender, seinen Betreff, in fetter Schrift und den Anfang der Nachricht. Ganz rechts am Rand siehst du noch den Tag, an welchem die E-Mail eingegangen ist. Wenn du eine E-Mail markiert hast, hast du noch die Möglichkeit, diese zu archivieren, als Spam zu melden, zu löschen, in einen Ordner zu verschieben oder einen neuen Ordner erstellen oder vorhandener verweisen. Außerdem kannst du eine Markierung hinzufügen und vieles mehr. Diese Funktionen lassen sich auf jeden Bereich übertragen. Über den Posteingangbereich hast du noch die Möglichkeit, deinen Posteingang zu aktualisieren und rechts am Rand sehen, wie viele E-Mails du am ausgewählten Posteingang hast und wie viele du gerade siehst und zwischen ihnen wechseln, sofern du genug E-Mails hast. Jetzt am Rand hast du noch den Zugriff auf die Einstellungen, wo du den Kompaktheitsgrad festlegen kannst und weitere Einstellungen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Mit rechtem Mausklick auf eine E-Mail kannst du sie auch in einen anderen Bereich verschieben. Unter dem Posteingang befindet sich der Spam, wo E-Mails, welche schädlichen Verdacht haben, eingeordnet werden. Ist zu beachten, dass alle E-Mails, die im Spam-Bereich eintreffen, sich automatisch nach 30 Tagen aus Sicherheitsgründen löschen. Die sich darunter befindenden E-Mails im Papierkorb löschen sich ebenfalls nach 30 Tagen automatisch. Hier kannst du aber auch mit einem Klick deinen Papierkorb leeren. Unter dem Papierkorb findest du alle deine erstellten Ordner. Unter all den Ordnern hast du noch dein Google Hangout, welches ein weiteres kostenloses Produkt von Google ist. Hier kannst du mit Freunden chatten und telefonieren, aber darauf werden wir in diesem Video nicht weiter eingehen. Wenn du ein ausführliches Video zu Google Hangouts möchtest, stimme jetzt oben in der Infokarte ab. Am unteren Rand von Gmail kannst du noch deine Speicherbelegung sehen und diese verwalten, sowie auf Nutzerbedingungen und Datenschutz zugreifen. Ganz rechts hast du noch die Möglichkeit auf deine Kontoaktivität zuzugreifen. Soweit zu der Oberfläche und ihrer Funktion. Schauen wir uns nun an, wie du eine E-Mail schreibst und sendest. Du kannst eine neue E-Mail schreiben, indem du auf die Schaltfläche Schreiben klickst oder auf eine ausgewählte E-Mail antwortest. Wir werden jetzt eine neue E-Mail über die Schaltfläche Schreiben erstellen. Wenn du auf diese geklickt hast, kannst du oben die E-Mail Adresse der Person, an welche du deine E-Mail schreiben willst, eingeben. Oder wenn du diese in deinen Google Kontakten hast, kannst du den Namen eingeben und du hast die Möglichkeit, die passende E-Mail Adresse auszuwählen oder einfach auf Anklicken und aus deinen Kontakten auswählen. Du kannst außerdem am rechten Rand CC und BCC hinzufügen, also Personen, an welches auch gesendet werden soll. Im Bereich von siehst du deine E-Mail Adresse, von welcher du die E-Mail versenden wirst. Hier kannst du aus einem Top-Down-Menü die gewünschte E-Mail Adresse auswählen, welche du in den Einstellungen hinzugefügt hast. Im Fenster darunter hast du die Möglichkeit, einen Betreff einzugeben, welcher immer notwendig ist und quasi als Überschrift der E-Mail dient. Der Betreff sollte den Inhalt der E-Mail Adresse repräsentieren können. Jetzt kannst du beginnen, die richtige E-Mail im großen Fenster zu schreiben. Wenn dir das Fenster zu klein ist, kannst du oben rechts das Fenster vergrößern oder minimieren. Am unteren Rand hast du links die Funktion, die fertige E-Mail abzusenden und daneben Textoptionen wie Schriftart, Größe oder Ausrichtung festzulegen. Du kannst eine Datei von deinem Gerät als Anhang hinzufügen bis zu maximal 50 MB oder eine Datei aus deiner Google Drive anhängen. Als weitere Option hast du noch die Möglichkeit, Fotos hinzuzufügen, Verlinkungen zu erstellen und Emoticons hinzuzufügen. Ganz links hast du noch die Möglichkeit, die E-Mail zu löschen und ein paar kleine Optionen, welche nicht groß relevant sind. Wenn du das Fenster ohne etwas zu machen schließt, speichert sich die E-Mail immer automatisch unter Entwürfen in deinem T-Mail-Account ab und du kannst sie zu einem anderen Zeitpunkt weiterschreiben. Kommen wir nun zu den Einstellungen von T-Mail, welche du oben rechts auf der Startseite findest. Die Einstellungen sind sehr umfangreich und wir werden die einzelnen Bereiche, Allgemein, Labels, Posteingang, Konten und Import, Filter und blockierte Adressen, weiße Leitungen, Chats, Lads, Offline und Design besprechen. Im Bereich Allgemein hast du die Möglichkeit, grundlegende Sachen zu verwalten, wie Systemsprache, eine Standardschriftart und Co. festzulegen. Deine Sterne, Markierungssystem erweitern, ein eigenes Profilbild festlegen und eine standardmäßige Signatur für deine E-Mails festlegen. Im Bereich Labels kannst du deine Ordner sortieren und verwalten, sowie neue hinzufügen oder bestehende löschen oder ausblenden. Bei Posteingang kannst du deinen Bereich im Posteingang auswählen und Markierung verwalten. Im Bereich Konten und Import kannst du dein Google-Passwort ändern, sowie Kontakte und E-Mails von anderen E-Mail-Adressen zu deinem Gmail-Account hinzufügen. Außerdem kannst du ganze E-Mail-Adressen hinzufügen, die du beim E-Mail-Senden nutzen kannst. Im Bereich Filter und blockierte Adressen kannst du, wie der Name schon sagt, blockierte Adressen verwalten und hinzufügen oder bestimmte Filter erstellen, importieren und verwalten. Im nächsten Bereich Weiterleiten kannst du deine Pop- und iMap-Einstellungen bearbeiten, welche du beispielsweise brauchst, wenn du deine E-Mails über ein externes E-Mail-Programm wie Outlook oder Apple-Mails lesen und versenden willst. Wie du dann deine Konten dadurch verwendest, wird dir in den einzelnen Programmen ausführlich und genauestens erklärt. Im Bereich Chat kannst du Google-Hangout-Chat-Funktionen aktivieren oder deaktivieren. Im Bereich Labs kannst du nützliche Funktionen bei Gmail hinzufügen, welche mancherlei Vorteile für dich haben können. Das Ganze ist noch in der Testphase und ich werde nicht groß darauf eingehen. Im Bereich Offline kannst du dein Gmail offline kompatibel machen, indem du entsprechende Erweiterungen an deinem PC hinzufügst. Im letzten Bereich Design kannst du noch verschiedene vorgegebene Designs oder eigene Designs für deine Gmail-Oberfläche auswählen oder erstellen. Die Gmail-App für dein Tablet oder Smartphone kannst du dir kostenlos aus deinem App-Store herunterladen. Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich werde die App mit der Desktop-Version erklären. Deswegen rate ich dir, das Video an diesem Punkt von ganz vorne komplett anzuschauen und alles gut verstehen zu können. Wenn du die App öffnest, hast du als allererstes eine Liste von deinen letzten E-Mails, welche in deinem Posteingang empfangen wurden. Unten rechts hast du die Möglichkeit eine neue E-Mail zu schreiben, was genau wie am Desktop funktioniert. Nur dass du nicht so viele Anhangsmöglichkeiten hast, sondern nur eine oben rechts in der Ecke und dann neben die E-Mail abschicken kannst. In der Gmail-App hast du auf dem rechten Menü eine Übersicht von deinem Google-Konto, welches du dort auch verwalten kannst. Darunter siehst du deinen Posteingang, Papierkorb, Entwürf und alle deine Ordner. Ganz unten hast du noch die Einstellungen und den Hilfebereich. In den Einstellungen hast du andere Einstellungsmöglichkeiten als beim PC. Hier hast du den allgemeinen Bereich und für einzelne Konten, was viel mit Benachrichtigungen und Code zu tun hat, was nicht vergleichbar mit dem PC ist. Inbox bei Gmail ist eine App für dein Tablet oder Smartphone, welche die wichtigsten Informationen aus deinen E-Mails herausfiltern. Beim Einrichten kannst du bestimmte Filterungen aktivieren und deaktivieren. Wenn du auf der Startseite der App bist, hast du eine chronologische Reihenfolge deiner in Kategorien geordneten Apps, welche du als erledigt markieren kannst. Du kannst einzelne E-Mails anpinnen, zurückstellen und abhaken. So kannst du deinen E-Mail-Posteingang noch besser sortieren und verwalten. Im Menü an der rechten Seite hast du eine Übersicht deiner einzelnen Kopierungen und deiner Ordner von deiner Gmail-Adresse. Unten rechts an der Ecke kannst du eine neue E-Mail schreiben, wie in der normalen Gmail-App. Inbox bei Gmail funktioniert auch am PC unter google.com.inbox oder einfach über den Link in der Videobeschreibung. Es ist genauso wie am Tablet oder Smartphone. Das war es mit dem E-Mail-Dienst von Google. Wusstest du, dass jeder, der bei YouTube einen Account hat, auch eine Gmail-Adresse hat und alle Dienste von Google kostenlos nutzen kann, welche ich in dieser Tutorials dir vorstelle? So hast du auch die Möglichkeit, Google Kalender zu verwenden, welchen wir im nächsten Video unter die Lupe nehmen werden. Wenn dir das Video geholfen hat, dann bewerte es doch und teile es mit deinen Freunden. Um ihnen auch zu helfen. Um keine Videos mehr zu verpassen, abonniere den Kanal und wir sehen uns hoffentlich in einem weiteren Video.